Vor ca. 2 Wochen habe ich durch Zufall über eine Doku, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, einen Hof aufgespürt, der tatsächlich verlassen zu sein scheint. Hier wurden vor einigen Jahren noch über 200 Hunde und andere Tiere gehalten. Mal wieder ein Fall vom sogenannten Animal Hoarding. Menschen fangen an, Tiere zu sammeln und zu züchten und irgendwann verlieren sie die Kontrolle. 2015 wurde dieser Hof vollständig geräumt. Die Besitzerin drohte damit, sich umzubringen, sollte man ihr die Hunde entnehmen. Am Ende wurden über 150 Hunde von diesem Hof geholt und in verschiedene Tierschutzeinrichtungen gebracht. Heute steht dieser Hof vollständig leer und verrottet immer weiter. Doch die Spuren dieser unglaublichen Geschichte sind immer noch in jeder Ritze des Hauses und des Hofes zu finden. Ich fühle mich immer schlimmer, auch vom Geruch. Und genau dorthin bin ich gemeinsam mit Deutschlands bekanntesten Rechtsmediziner Dr. Michael Zockers gefahren, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Das ist ein Becken von einem Hund. Von einem Hund? Ja, das ist ein Becken von einem Hund, das sehe ich an der Form. Das ist, der Boden besteht nur aus Knochen, ne? Der Boden besteht nur aus Knochen. Ich weiß gar nicht, ob euch das soweit bewusst ist, aber ich begebe mich für euch teilweise in ganz schön große Gefahr. Und auch heute ist es wieder so, ich befinde mich gemeinsam mit Dr. Michael Zockers, der gerade hier nicht mehr sitzt, weil er irgendwie draußen seine Ausrüstung checkt oder so. Mitten im Nichts. Irgendwo auf dem Land an einem Grundstück, bei dem ich viel vorher recherchiert habe, was ich oft, wie ihr wisst, ja nicht immer tue. Und warum habe ich jetzt nicht die große Kamera? Ja, weil ich das ganze Ding hier mit der GoPro filmen muss, weil wir uns nicht zu 100% sicher sind, ob das Ganze hier wirklich komplett verlassen ist oder wir gleich auf den letzten Bewohner dieses Hauses stoßen. Das war nämlich damals der Gehilfe der Besitzerin dieses Hofes, der sich vor mir befindet. Ich möchte noch gar nicht zu viel sagen. Ich steige jetzt aus, wir gucken uns das Ding an. Ich nehme nur die GoPro mit, dass wir schnell im Notfall flüchten können. Das muss ich diesmal so vorher sagen. Taschenlampe, GoPro und Abfahrt. Leute, ich hoffe, wir kriegen trotzdem ein gutes Video zusammen hier. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, raus, Leute. Hier ist die Taschenlampe. Im Notfall kann man sich mit der auch verteidigen. Ein, zwei Akkus. So, mit dabei ist heute wieder der Dr. Michael Zockos. Der wird sich hier auch mal einen Überblick verschaffen. Und direkt hier gegenüber ist er tatsächlich schon, der Hof. Wie ihr seht, sind wir mitten im Nichts. Und man sieht hier tatsächlich schon einige, einige Zäune. Und dieses oder eines der anderen Tore hier, ich glaube, da vorne gibt es noch ein weiteres Tor. Das habe ich schon mal gesehen, nämlich in einer Doku zu diesem ganzen Thema. Denn was gab es hier auf diesem Hof? Tatsächlich einen schweren Fall von Animal Hording. Das ist also so ähnlich wie beim Horrorhaus der Toten Hundefrau. Ihr kennt das Video sicherlich noch. Da ging es auch schon darum. Auf diesem Hof hier wurden nämlich angeblich über 170 Hunde gehalten. 2015 wurde der Hof dann hier geräumt. Ist ein unwohles Gefühl irgendwie, hier zu sein. Ja, genau dieses Zauntor habe ich schon mal gesehen in einer Dokumentation über diesen Hof. Da bin ich überhaupt auf dieses Gelände hier gestoßen. Guckt mal, ein massives Tor. Damals sah das hier alles noch komplett anders aus. Es gibt ein großes Eingangsgebäude und das Hauptgebäude. Und noch mehrere Nebengebäude. Hier liegen massig Reifen rum, Müll ohne Ende und das Gelände ist gut verwachsen. Also mit Glück ist es tatsächlich verlassen. Ich werde einfach mal kurz rufen. Hallo? Ziemlich beängstigendes Gebäude, wie ich finde. Fenster sind eigentlich alle vergittert. Das Problem ist, wenn die hier Hunde gehalten haben, könnte es gut sein, sollte hier noch jemand leben, dass hier auch noch ein Hund ist. Und das ist halt das große Problem. Ich versuche uns mal hier durchs Gebüsch. Hier scheint ein Eingang zu sein. Also wir sind jetzt auf dem Grundstück. Und hier vorne ist unfassbar viel Müll schon aufgestapelt. Es deutet bisher aber noch nichts auf irgendwelche Hundehaltung hin oder so. Da hinten sind wahnsinnig viele Eimer, Glasflaschen, alles messihaft zugemüllt. Hier vorne kommt man auf den großen Hof. Hier scheint es einen Eingang zu geben. Alte Platten für irgendwas. Ja, und hier ist der große Innenhof, der so, glaube ich, auch in der Doku zu sehen gewesen ist, die ich zu diesem Gelände eben mal gesehen habe. Das Ding ist, dadurch, dass man dieses ganze Gelände schon mal in diesem Film gesehen hat, ist das Ganze nochmal unheimlicher. Denn wo sieht man das schon, dass man vorher noch lebendige Aufnahmen von den Hunden zum Beispiel hat, von der Besitzerin hier und eben ihrem Gehilfen. Und es war wohl so, dass die Besitzerin 2015 hier vom Gelände geholt wurde per Gerichtsbeschluss. Und eben vor allem diese Hunde, eben über 170 Hunde, Ziegen, Katzen, Schafe, alle möglichen anderen Tierrassen. Der Mann hat aber hier jahrelang noch weitergelebt. Und das eben genau war die Gefahr. Vielleicht lebt der Mann hier noch, verschanzt sich hier, lebt im hintersten Zimmer hier und es sieht alles lost aus. Und wir kriegen hier gleich einen Ultraschock, weil der hier doch noch aus dem Fenster guckt. Das ist die Gefahr hier auf dem Gelände. Viel ist von den Grausamkeiten, die auf diesem Hof passierten, heute von oben nicht mehr zu erkennen. Doch originale Aufnahmen von der Evakuierung dieses Hofes zeigen, wie krass es wirklich war. Denn überall auf dem Hof lagen Schlachtabfälle herum und die Hunde lebten in kleinen Verschlägen aus selbstgebauten Europaletten. Überall riecht es nach Fäkalien. Hier ist das große Gebäude, hier sind überall so riesige Wassertanks. Da haben die Wasser eben aus den Regenrinnen aufgefangen und wahrscheinlich vor allem zum Tränken der ganzen Tiere hier genutzt. Gummistiefel liegen hier rum. Und wenn man hier genau hinguckt, wer weiß, was man nicht noch so alles findet. Noch so ein Wasserbehälter. Alter, da vorne das Tor geht die ganze Zeit auf und zu und knatscht. Richtig eigenartiges Geräusch. Und das ist das, was ich auch in dieser Doku gesehen habe. Diese Rampen hier. Über so selbstgebaute Rampen sind diese eben über 150 Hunde eben ins Gebäude rein und wieder rausgekommen. Diese ganzen Hunde haben in diesem Gebäude mitgelebt. Sowohl im Keller unten verschachtet, die kamen da gar nicht richtig raus, als auch oben. Überall waren Tiere. Es hat hier überall rausgebellt. Als die mit einem riesigen Kommando an Polizei und Hilfskräften von irgendwelchen Tierschutzorganisationen hier hinkamen, wurden diese ganzen Hunde eben aus diesen ganzen Verschachtungen im Keller und so weiter rausgeholt. Es muss auch wahnsinnig viele tote Hunde gegeben haben hier. Dieses Gebäude sieht halt richtig, richtig krank groß aus, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, da sind überall Gitter. Bis oben hin waren einfach überall nur Hunde. Was für eine Qual. Wo geht es hier hinter noch lang? Hier sind auch Stallungen, wie es aussieht. Hier auch vergittert. Sieht auch nach so einem Gehege aus. Hier ist alles völlig versifft und matschig. Da sind Kanickelkäfige oder sowas in der Richtung und ganz, ganz viele Kanister. Hallo? Nochmal ein großer Raum. Hier ist nämlich auch nochmal ein Schuppen. Boah, wie irre sieht das denn aus? Hier hängt mal eine Plane oder so. Seht ihr das? Die ist komplett, hat sich aufgelöst. Und jetzt sieht das aus wie so ein Lametta am Baum oder so. Boah, sieht irgendwie aus wie eine absolute Horror-Location hier. Aber wirklich, durch diese Geschichte und auch die vielen Hunde, Leichen, die hier gefunden wurden. Kadaver, Kühe, die hier hingelegt wurden zum Füttern der Tiere. Die Tür, die die ganze Zeit knatscht. Und das Unwissen, ob dieser Mann hier noch lebt. Ich denke, das waren auch alles Ställe für Hunde hier. Da kommt man aber nicht mehr wirklich rein, weil das hier komplett zugewachsen ist, überall. Hier liegen auch überall alte Radiogeräte, Computer. Hier sogar noch eine alte Jacke. So ein völlig flädriges Ding. Das bestimmt hier auch damals noch draußen getragen wurde. Alles liegt hier halt noch rum. Und da hinten scheinen auch noch mal solche Gatter draußen zu sein. Hier vorne ist der Eingang in dieses Gebäude rein. Wir sollten uns auf jeden Fall die Hosenbeine jetzt zubinden oder in die Strümpfe stecken. Denn ich kenne das, dass die Ratten dann ja im Hosenbein hochlaufen und dich in die Genikalen zu heißen. Boah, wirklich? Ja, die laufen in den Hosenbeinen hoch. Das sollten wir jetzt mal machen. Hallo? Ist hier wer? Ja. Das Ganze sieht tatsächlich wie so ein altes Kasernengebäude aus. Hier sind noch so alte Gitter. Das Grundproblem, was es hier aber gibt, weswegen jetzt Michael gesagt hat, ich soll die Hosenbeine zukletten. Ich habe hier Gott sei Dank Klett. Hier gibt es eine riesige Rattenplage. Damals, 2015, als das Ganze hier dicht gemacht wurde, hatten die Ratten, die hier waren, um die Kadaver sozusagen mitzuessen, die hier für die Hunde ausgeschmissen wurden, ein großes Problem. Denn Hunde gab es jetzt nicht mehr und die Kadaver auch nicht. Und die Ratten hatten auf einmal Hunger und sind hier durch den Ort gerannt, sogar auf Apfelbäume geklettert, um sich Nahrung zu suchen. Und habt ihr schon mal eine kletternde Ratte gesehen? Das kommt mir sowas von pervers vor. Das Ordnungsamt hat damals hier hunderte Kilo Rattengift ausgeteilt. Wir sind hier also in einem komplett verseuchten Gebäude eigentlich mit Rattengift, Ratten und vielleicht Kadavern oder Knochen von Tieren. So eine Location. Hosenbeine sind dicht. Ab in die Rattenhölle. Hier sieht man es schon direkt am Anfang. Hier ist komplett, ja, so ein Gatter. In jedem einzelnen oder zweiten Raum werden überall Hunde gewesen sein. Die ganzen Gänge sind vollgestellt mit irgendwelchem Zeug. Wenn der Besitzer tatsächlich nicht mehr hier sein sollte, dann wird er das meiste Zeug, was er zum Leben hatte, wahrscheinlich mitgenommen haben, vermute ich mal. Vielleicht aber auch nicht. Alter, ist das krass. Hier, überall. Hier ist nur so eine Tür hingestellt und dahinter werden Hunde gewesen sein. Guckt euch mal an, das sieht aus wie im Knast. Hier sieht man sogar noch die Spuren, wo die Hunde vielleicht langgelaufen sind. Boah, ist das krank. Hier scheint so eine Art Lagerraum zu sein. Mit diesen Kisten hat man vielleicht Fleischwaren hin und her geliefert. Weil die brauchen ja Unmengen davon. Wozu braucht man sonst so viele von diesen Kisten? Ich mache mal eine Sache. Ich ziehe mir mal eben Handschuhe an. Das ist mir viel zu widerlich. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt kann man hier auch mal einige Sachen anfassen, wenn nötig. Völlig vergammelte Bücher hier. Auch nur so Ramschzeugs. Sachen, die keiner braucht, die hier irgendwie gelagert wurden. Reifen. Guckt mal, das ist wirklich wie so eine Art Gefängnis hier. Gibt es überall solche Zellen. Und ja auch die Fenster sind komplett vergattert. Das macht die Sache absolut nicht besser. Boah, und guckt hier. Tatsächlich. Der erste Knochen. Ich weiß nicht, was für ein Knochen das ist. Da müssen wir vielleicht Zockers gleich mal fragen. Der ist ja Rechtsmediziner und kennt sich mit Knochen und so weiter bestens aus. Irgendein Beinknochen von einem Tier. Vielleicht von einem Rind. Und hier geht es noch weiter, Leute. Hier geht es noch weiter. Zwischen der Tür sind noch Knochen. Dazwischen liegt gefühlt ein halbes Skelett. Das ist doch ein Stück Wirbelsäule, oder nicht? Massig Knochen hier überall zwischen den Ritzen der Böden. Hätte ich da jetzt nicht zwischen geguckt, hätte ich das nie gesehen. Hier haben überall Hunde gehaust. Unter widrigsten Umständen. Hey, dieses Gebäude ist wie gemacht dafür, um Tiere und theoretisch auch Menschen zu fangen und zu halten. Das ist so surreal, hier irgendwie jetzt hier auch noch Knochen zu finden, die Geschichte zu kennen und jetzt wirklich in diesem Gebäude rumzurennen, nachdem vor nicht allzu vielen Jahren dieser Hof erst evakuiert und geräumt wurde und über mehrere Tage hier diese fast 200 Tiere vom Gelände geschafft wurden. Absolut geisteskrank, Leute. Absolut. Gehen wir weiter. Hier liegt auch noch eine alte Kuppe rum. Auch absolut creepy. Auch mal so ein Gatter. Oh, 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 krass, 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 Leute. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Dieser ganze Raum ist komplett voller Knochen. Hier, guckt euch das an. Hier sind hunderte Knochen. Die ganze Ecke hier ist komplett voller Knochen und Schädel. Ich weiß gar nicht, was das alles für Knochen sind, aber das wird alles zum Füttern gewesen sein. Überall Knochen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist wie so ein Skelettraum, wie so ein Grab. Hier an der Seite richtig massive Beinknochen, wo teilweise sogar noch Reste von Haut dran sind. Hier, Gelenke, das ist ein Gelenk. Das riecht sogar noch aus Leid. Unter was für einem Leid diese Tiere hier gehalten wurden, das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Wenn ich dieses Ding hochhebe, finde ich sicher nicht nur Knochen, sondern tote Ratten. Guck mal, wenn ich hier rein filme, ist alles voller Knochen. Alles voll. So, gehen wir diesen Gang hier nochmal in die andere Richtung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo Michael ist. Er ist irgendwo in die Richtung gegangen. Hier stehen auch noch Koffer, die sind aber komplett leer. Hier geht es die Treppe hoch, da gehen wir auch gleich noch hoch und sogar auch noch in den Keller. Hier ist noch so ein Lagerraum. Hier sind ganz viele von diesen typischen Katzentransportboxen. Im gegenüberliegenden Zimmer genau das gleiche, auch alles voll geramscht. Alte Kinder-Memory-Karten oder sowas. Hier sind halt sau viele Kindersachen auch, das wundert mich. Auch das hier ist ja ein Kinderspielzeug. Dazwischen dann wieder so eine alte Schreibmaschine. Der ganze Hausrat von irgendjemandem ist hier gefühlt abgelagert. Hier sogar irgendwelche privaten Fotos. Ich weiß nicht, ob das hier der Besitzer oder die Besitzerin des Grundstücks war, aber auf jeden Fall liegen hier irgendwelche Erinnerungsfotos zwischen dem ganzen Müll und dem Knochenraum. Boah. Hier wird es immer schlimmer. Auch vom Geruch. Hier liegt auch noch ein alter Knochen. Da sind auch noch alte Fleischreste dran. Alter, das ist wirklich wie in einem Horrorfilm. Dann guckt euch das an hier. Hallo? Oh, das habe ich gesehen. Hier sind diese Rampen, wo die Hunde rein und raus konnten. Die sie selbst gebaut haben mit so Europaletten. Hier konnten die Hunde raus über diese Luke da vorne. Das Kranke ist, auch hier liegt wieder eine halbe Wirbelsäule rum von irgendeinem Tier. Hier sind eigentlich auch nur wieder noch Knochen. Die haben also wirklich nur so ganze Tiere hier hingeschmissen anscheinend zum Fressen für die Hunde. Hier konnten die rein und raus laufen und dann, weiß ich nicht, hier irgendwo weiter gehen. Boah, auch hier. Du kannst in jede Ecke gucken, ne? Alles voller Knochen. In einem Ausmaß, dass man sich nicht ausdenken mag. Hier, Wirbelsäulenteile. Ich kann mich nur wiederholen, Leute. Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Boah, es ist schrecklich hier. Es ist wirklich, wirklich schrecklich. Das Verrückte ist doch eigentlich, und das ist das Schlimme, dass Animal Hoarding ja wirklich auch eine anerkannte psychische Erkrankung ist. Ähnlich wie das Messitum. Du sammelst und sammelst und sammelst. Hoarding kommt, denke ich mal, von Horten. Du hortest halt Tiere. Du sammelst immer mehr Tiere, kannst aber keine weggeben. Und am Anfang beginnt das vielleicht noch schön damit, dass du einfach ein paar Tiere retten willst. Aber dann passiert vielleicht irgendwas im Leben, das dich psychisch ganz runterzieht. Und dann verlierst du die Kontrolle und sammelst immer mehr Tiere und Tiere und Tiere. Und hier wurden die ja wirklich gehalten wie die allerletzten Mastschweine. Finde ich sogar fast noch krasser als das Horrorhaus der toten Hundefrau, was wir uns damals angesehen haben. Was denkt ihr, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier ist ein Keller. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in den Keller. Hilft ja alles nichts. Ich hoffe einfach nur, dass wir hier alleine sind. Oh, da hinten ist der Michael. Sind hier unten im Keller auch so viele Knochen wie oben? Ja. Hier, guck mal. Das sind alles... Hier auch tatsächlich. Das ist der Boden, besteht nur aus Knochen, ne? Der Boden besteht nur aus Knochen. Das ist ein Becken von einem Hund. Von einem Hund? Ja. Das ist ein Becken von einem Hund. Das sehe ich an der Form. Das hier ist ein Schulterblatt. Und zwar sieht man es an der Gräte, aber von einem Rind. Und das sind die Rinder, die hier verfüttert wurden. Das hier ist tatsächlich ein Knochen von einem Hund. Das ist ein Becken vom Hund. Ein Beckenknochen vom Hund. Das gibt es nicht. Das heißt, hier sind tatsächlich Hunde gestorben und die Knochen liegen hier einfach rum. Womöglich sind hier Hunde verstorben und die Hunde haben dann einfach den toten Hund gegessen und die restlichen Knochen hier liegen lassen. Das ist nochmal krasser als oben. Hier sind überall nur Knochen. Das sind alles Knochen auf dem Boden. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hier ist noch so ein kleiner Abstellraum. Hier sind so viele Räume in diesem Keller. Oh, guckt mal, hier ist noch so eine große Halle fast schon. Wie so ein Schlachtraum. Und hier hinten wurde vielleicht auch mal ein Hund eingesperrt. Hier haben sie auf jeden Fall auch nochmal so eine Absperrung gemacht. Da liegt jetzt nur noch so ein Katzenkäfig. Und noch so ein paar Ersatzplatten vielleicht, um noch mehr Gehege zu bauen. Guckt euch nochmal diesen Gang hier an. Ist das krank? Hier geht es jetzt wieder hoch. Hier oben hat es ganz übelst gerumst. Ich hoffe, es ist alles gut. Wir gehen jetzt noch eine Etage höher. Im Erdgeschoss waren wir, im Keller auch. Jetzt geht es noch ein höher. Und dann geht es theoretisch sogar noch einen höher. Irgendwo muss hier auch noch die Wohnetage der Leute hier sein. Ich glaube, hier brauchen wir erstmal kein Licht mehr. Hier ist so eine Hundebox. Da sind auch solche alten Lappen drin. Und sogar, ich weiß nicht, ob man das sieht, ganz da hinten liegt so ein Hundespielzeug. Einmal nochmal einen Blick auf den Innenhof. Auch wieder alles vergittert. Leute, ich habe jetzt nach diesem Fall tatsächlich nochmal gegoogelt. 2015 war tatsächlich das Jahr, wo dieser ganze Hof hier evakuiert wurde. Es war wohl so, dass die Besitzerin dieser Anlage damals gedroht hatte, wenn man ihr die Hunde entnehmen würde, würde sie sich umbringen wollen. Ob dem tatsächlich so war, weiß ich nicht. Vielleicht lebt diese Frau gar nicht mehr. Denn die Hunde wurden hier am Ende entnommen. Und es war tatsächlich genauso wie beim letzten Hof, wo wir damals waren, dass das Veterinäramt jahrelang gebraucht hat, bis es endlich auf diesen Fall hier aufmerksam wurde. Die Anwohner dieses Dorfes hier haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es hier schwerwiegende Tierrechtsverletzungen gab. Und die Hunde hier unter widrigsten Bedingungen gehalten wurden. Es muss Tage gedauert haben, um all die Hunde hier aus ihren Verscharungen zu holen. Und es muss viele, viele Verletzte, Kranke und auch Tote Hunde gegeben haben. Ob das den Besitzern hier so bewusst war, dieses wirkliche Ausmaß, da bin ich mir unsicher. Hier liegt auch so ein kleines Bett. Ob hier immer jemand gepennt hat, einfach so mitten im Flur. Bettwäsche ist vom Prinzip auch da. Alles voller Maden da drauf im Übrigen. Oh krass. Guck mal, hier ist so ein Gitter. Ja, hier müssen kleinere Tiere gehalten worden sein. Boah, und hier sind richtig alte Schriften noch, so militärische. Da kann man sehen, dass das wirklich eine Kaserne war. Hier DDR. Ruhm und Ehre unseren gefallenen Genossen. Lenin. Ja, ich weiß nicht, ob hier Katzen waren. Ich denke mal schon. Das hier ist so ein Kratzbaum. Aber guckt mal, wie voll gekackt das hier alles ist. Guckt euch das an, ey. Und das soll ein Katzenparadies gewesen sein. Hier noch ein großer Kratzbaum. Irgendwelche Bretter. Die meinten es wahrscheinlich sogar gut mit den Tieren. Nur ist nicht das Problem, dass das alles hier völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Noch hier ein Kratzbaum in diesem Gitter. Dann musste die Katze hier womöglich in diesem komischen kleinen Käfig leben. Gut, Leute, lasst uns wieder runtergehen. Mir reicht es hier, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir kommen hier heile wieder raus. So. Ist das krass. Ich bin froh, dass ich wieder draußen bin. Oh Gott, Leute. Lasst uns hier runtergehen von dem Gelände. Hab zumindest für heute genug gesehen. So, Leute, wir sind zurück im Auto. Fahren jetzt schon weiter zur nächsten Location. Hier wollte man sich auch einfach gar nicht zu lange aufhalten, ehrlich gesagt. Es ist dermaßen widerlich gewesen mit diesen ganzen, ja weiß ich nicht, es roch teilweise so ein bisschen unbehaglich irgendwie im Keller. Überall lagen Knochen rum. Man vermutet irgendwie überall eine tote Ratte oder irgendwas in der Richtung. Wir lassen jetzt den Hof hinter uns. Fahren weiter auf unserer Tour durch Deutschland. Schreibt unbedingt eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Wird mich auf jeden Fall sehr interessieren. Vielleicht habt ihr bei euch im Dorf ja eine ähnliche Situation. Gibt es bei euch vielleicht eine Familie oder eine Einzelperson, die auch so viele Tiere züchtet, hütet? Schreibt das gerne mal rein, weil da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn ihr sowas kennt oder irgendwo gesehen habt. Guckt gerne bei Michael Zockers vorbei. Bei Instagram ist unter diesem Video verlinkt. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.